Guten Morgen Freunde, hier ist der Levels Card 1210. Ich begrüße euch zu einer News, denn Saturn Online bietet gerade einen richtig heißen Preis für die Crash Bandicoot Insane Trilogy für die Playstation 4 an. Ja, ihr bekommt das Spiel für butterweiche 16,99 €, beziehungsweise kommen eventuell noch 1,99 € Porto dazu, aber 19 € sind trotzdem ein richtig geiler Preis für dieses wunderbare Spiel. Und ja, ich kann euch das Spiel nur empfehlen. Ich habe es noch nicht, aber ich werde es mir auf jeden Fall gönnen, Freunde. Und falls ihr das Spiel noch nicht in eurer Sammlung habt, dann beeilt euch, bevor es nicht mehr da ist für den Preis. Auf jeden Fall habe ich es günstiger noch nicht gesehen. Ja, das war die News so früh am Morgen, Freunde, 16,99 € Top-Preis für ein Top-Game. Das war die News. Ich sage bis demnächst. Bye-bye. Bis zum nächsten Mal.